Smarana, ihr Lieben, ich bin sowas von begeistert, aufgeregt und gespannt, denn es geschieht etwas Riesengroßes, Wichtiges, Sensationelles in unserem Universum. Und zwar geht es um einen neuen Planeten. Dieser Planet, das ist der Aufstiegsplanet und er kommt zu uns, er steuert auf die Erde zu. Er ist das erste Mal vor drei Millionen Jahren in unserem Sonnensystem bei der Erde aufgetaucht. Drei Millionen Jahre und bis er das nächste Mal kommt, wird es noch länger dauern. Also es ist eine ganz besondere Zeit, eine ganz besonders aufregende Zeit, denn dieser Planet erbringt uns die Aufstiegsenergie, die Erwachensenergie. Wir werden energetisch neu ausgerichtet und wir bekommen so viel Kraft. Ich habe überall am Körper Gänsehaut. Es schauert mich. Also es ist ungemein wichtig, dass ich mit euch darüber sprechen darf und dass ich natürlich die Energien für euch channeln werde. Am Sonntag werde ich mit euch in diese Energie eintauchen und euch das erste aktuellste, besonders wichtigste Channeling überhaupt überbringen. Denn die Energien, die Aufstiegsenergien, die sind ja da, um uns zu unterstützen. Und das ist ein Zeichen, Gottes Zeichen würde ich fast sagen, ein Zeichen aus dem Universum. Ihr seid nicht allein. Wir sind bei euch. Wir sind da, um euch zu unterstützen. Und es ist ja auch für jeden Einzelnen etwas ganz Besonderes, in dieser Zeit inkarniert zu sein. Denn wir erleben das Wiedererkennen. Wir erleben diese tolle Energie, diese unsagbar sensationelle, großartige Energie aus dem Universum direkt vor unseren Augen. Wir können es bildlich sehen. Wir werden also diesen Planeten sehen, wenn er in die Nähe von der Erde kommt und er wird grünlich leuchten. Und dieses Grün ist für mich ein Teil der Hoffnung und ein Teil der Heilung. Der Heilung der Dinge in uns, die uns noch belasten und schwach machen. Und all das wird uns einfach geschenkt. Das ganz große Aufstiegslicht kommt als Planet zu uns. Und ich freue mich, dass wir das zusammen machen dürfen. Jetzt am kommenden Sonntag werde ich die Energie channeln. Und ich lade dich jetzt schon ganz herzlich dazu ein, dich mit mir zu verbinden. Dort dann am Sonntagabend da zu sein und gemeinsam diesen Planeten zu empfangen. Denn wir empfangen ihn mit unserer Liebe und unserem Licht und dann beginnt auch in uns noch mehr diese Strahlkraft sich zu entfalten. Die Strahlkraft des Aufstiegs. Es geht einfach um den Aufstieg. Und so ein Zeichen hier vom Himmel, vom Universum ist ein enormer Schritt von dieser ganzen Unterstützung, die wir bekommen. Also wir sehen es deutlich vor unseren Augen. Ja, und ich freue mich sehr auf euch und ich bin so gespannt, was für Botschaften kommen werden. Ich bin ja jetzt seit gestern schon intensiv mit diesem Planeten verbunden, mit dieser Energie. Und es beginnt bereits in mir zu leuchten. Und all das möchte ich mit euch teilen. Es ist so eine seltene Gelegenheit und wir werden zusammen einen ganz großen Schritt in die Weiterentwicklung unseres Bestrebens des Aufstiegs kommen. Ja, also ich freue mich auf euch und alles Liebe. Bis bald. Dann machen wir einقتurig. Geben, bis bald. ib dich, 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 dich so aus? Vielen Dank.